Hallo und herzlich willkommen bei Edi's Tech Lab. Im heutigen Video bauen wir eine Cocktailmaschine. Und zwar ganz genau so ein Teil. Die Cocktailmaschine ist, wie ihr natürlich sehen könnt, ein Prototyp, kein fertiges Produkt. Der Zweck von diesem Video ist einfach nur, euch zu zeigen, wie man von einer Idee zu einem fertigen Produkt bzw. Prototypen kommt. Da ich im Laufe vom Projekt ständig Änderungen gemacht habe, ist das sicher kein Lehrvideo oder eine Anleitung, sondern sollte euch nur den Weg zeigen, wie man sowas macht. In diesem Video werde ich auch nicht viel erklären. Lehnt euch einfach zurück, genießt es und seht zu, wie ich das zusammenbastel. Aber wie immer gilt, jeder kann das. Ich bin der Tatjou an, was die Tatjoula für ein paar Hände gibt. Aber wie immer noch wie viel derived, was das Land für ein paar Hände gibt. Werden die Tatjoula für ein paar Hände gibt. Werden die Tatjoula für eine Maschine zu sein, Werden die Tatjoula für ein paar Hände gibt. Geschwizouseswerteidigungsgrünsteigungsgrünsteigungsgrünsteigene. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020